HeldInnen, der Podcast von, mit und über Menschen, die die Welt verändern. Ich bin einfach jemand, der gerne freiwillig hilft und gerade bei großen Katastrophen auch vor Ort ist. Das waren halt so Nacht-und-Nebel-Aktionen, dass dann irgendjemand so drei Reisebusse hat, die er an die Grenze geschickt hat, die wir dann vorgeworfen haben bis unter die Decke. Oder irgendwer ist mit dem LKW sowieso in die Richtung unterwegs gewesen, der dann vorgeladen wurde. Der Anfang wurde halt noch nicht richtig getrackt, weil er keine Ahnung hatte von Logistik und Ähnlichem. Und ja, dann habe ich ihn begrüßt mit, hier gibt es keine Nachnamen, deswegen Moin Olaf. Hast du dir einen Held oder eine Heldin überlegt, die du gerne nominieren möchtest für die nächste Folge? Ja. Ja. Untertitelung. BR 2018